Einen ganz besonderen Gag hat sich die Berliner Verkehrsgesellschaft, BVG, für die Adventszeit dieser Tage 2021 ausgedacht. Das Hanfticket. Hier ist es. Das passt ungemein zur Aktualisierung unseres Hanfbeitrages mit Hanfparade und Hanfmesse von 2016. Dieses Ticket ist auf S-Bahn-Papier ausgedruckt und beträufelt mit Hanföl. Hanföl, so heißt es, soll beruhigend und entspannt wirken. Alles ganz legal, sagt die BVG. Dann guten Appetit.